Dann kommen wir mal zu einem weiteren sehr interessanten Einkommenszweig und dieser Einkommenszweig sind Coachings. Zum Beispiel, ich verkaufe relativ viele Coachings, ich habe meistens ein, zwei Leute ungefähr am Tag, die ich coache. Letztes Jahr war es zum Beispiel noch sehr, sehr viel mehr, weil ich da mich noch mehr auf die Coachings fokussiert und eigentlich kaum noch was anderes machte als Coachings. Aber wenn du zum Beispiel ein Coach werden möchtest und du hast etwas, was du Leuten beibringen kannst und du kannst Leuten mehr Wert geben, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dieses Video hier anzuschauen und halt wirklich mal nachzumachen, was ich dir jetzt hier sage. Weil du kannst mit Coachings immens gutes Geld verdienen und sehr gutes Geld verdienen bei tatsächlich relativ wenig Arbeit. Aber gut, fangen wir doch einfach mal an. Wie genau kann man mit Coachings Geld verdienen? Das erste, was ich persönlich machen würde, ist, wenn du ein Coaching-Programm entwickelst, würde ich mir ganz, ganz sicher sein, dass du tatsächlich Leuten mehr Wert mitgeben kannst. Das heißt, dass du etwas kannst, was diese Leute wirklich wollen und vor allen Dingen, was sie von A nach B führt. Zum Beispiel in meinem Falle, ich coache Leute im Bereich Geld verdienen, passives Einkommen, Online-Kurse und so weiter und so fort. Das heißt, dieser ganze Business-Bereich. Und das Schöne ist, dass ich halt Leute wirklich von A nach B bringen kann. Ich kann ihnen zum Beispiel zeigen, okay, so erstellst du Videokurse. Hier sind meine ganzen Strategien, mit denen du mit deinen Kursen richtig gutes Geld verdienst. Und wenn du, wie gesagt, das durchgeführt hast, diese ganzen Schritte, wirst du höchstwahrscheinlich damit Geld verdienen können. Leute führen die Schritte durch und dann kommen sie halt von A nach B, fangen an das erste Geld zu verdienen, melden sich bei mir, sagen, Leon, ich habe das erste Geld verdient und so weiter und so fort. Und das ist halt eine schöne Sache. Viele andere Coaches haben diese Möglichkeit nicht. Zum Beispiel, wenn es jetzt um andere Themen geht, wie zum Beispiel Führungsstil oder was auch immer, da kann man natürlich auch immer so ein paar KPIs, also Key Performance Indicators nehmen, um das Ganze zu messen. Aber gerade im Bereich Geld verdienen kann man zum Beispiel ganz glasklar sagen, okay, es wurden 50% mehr Geld verdient in diesem Jahr als letztes Jahr. Wir haben, wie gesagt, durch dieses Coaching zum Beispiel halt dann die Person dazu gebracht, mehr Geld zu verdienen. Das ist halt, wie gesagt, klar zu messen. Bei vielen anderen Nischen geht das nicht so gut. Wenn ich du wäre, würde ich unterschiedliche Preismodelle anbieten, sodass halt jede Person eine Möglichkeit hat, mit dir Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel in meinem Fall ist es ja so, dass ich drei unterschiedliche Pakete anbiete. Nämlich einmal biete ich halt dieses Basic-Paket an, dann Premium-Paket und das VIP-Paket. Das Basic-Paket sind halt 30 Minuten für 99 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Dann das Premium-Paket sind 159 Euro. Das ist dann eine Stunde zuzüglich Umsatzsteuer und dann nochmal sechsstündiges Coaching, 699 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Ich coache halt, wie gesagt, europaweit. Genau, deswegen ist es halt immer so wichtig, nochmal zuzüglich Umsatzsteuer zu sagen, weil natürlich die Umsatzsteuer in all diesen Ländern unterschiedlich ist. Aber wie auch immer, du kannst, wie gesagt, also dann unterschiedliche Pakete anbieten. Diese Pakete können zum Beispiel noch andere Dinge beinhalten. Zum Beispiel mir finde ich es immer ganz schön, dass ich den Leuten sage, okay, du kriegst nicht nur eine Stunde oder eine halbe Stunde oder sechs Stunden Coaching mit mir, sondern du kriegst halt noch irgendwie Kurse, Videos, Bücher und so weiter und so fort. Das heißt, du hast dann nochmal die Möglichkeit, selbst zu lernen und selbst nochmal all das, was ich gesagt habe, aufzuarbeiten und wie gesagt, daraus dann deine eigenen Strategien oder deine eigene Vorgehensweise rauszuziehen oder einfach durch die Videos das eigene Verfahren noch ein bisschen zu verfeinern. Und wenn du diese mehreren Pakete anbietest, werden natürlich viele Leute sagen, na gut, wenn ich jetzt zum Beispiel für 99 Euro das erste Paket buche, also 30-minütiges Online-Coaching, da könnte ich ja auch einfach eine Stunde buchen, da spare ich ja ein bisschen Geld mit. Und deswegen zum Beispiel in meinem Falle buchen die Leute in den meisten Fällen tatsächlich das Premium-Paket, in einigen Fällen das Basic-Paket und in relativ häufigen Fällen tatsächlich auch das VIP-Paket. Zum Beispiel beim VIP-Paket biete ich halt auch den Leuten an, dass sie mich direkt in Berlin treffen können und dass wir uns wirklich für 6 Stunden halt in Berlin hinsetzen, also dort, wo ich wohne, und praktisch dieses Coaching durchzuführen. Natürlich kann man zum Beispiel auch das Coaching in anderen Städten machen, dass ich also praktisch in die andere Stadt anreise. Da muss aber, wie gesagt, müssen die Fahrtkosten übernommen werden. Aber gut, dann der nächste Punkt ist der folgende, nämlich du solltest auf jeden Fall Evergreen-Funnels entwickeln, die dir im Long-Term neue Coaching-Teilnehmer bringen. Zum Beispiel in meinem Falle ist ein ziemlich simpler Funnel der folgende, nämlich ich produziere halt haufenweise YouTube-Videos und in meinen YouTube-Videos sage ich den Leuten, dass sie Coachings buchen sollen. Zum Beispiel jetzt in diesem Falle, wenn ich zum Beispiel dieses Video hier abdrehe, sage ich den Leuten auch, geht in die Videobeschreibung, dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm und ich produziere halt ganz, 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 ganz viele Videos, die alle organisch Reichweite über YouTube aufgebaut haben und die halt immer mehr Klicks mir praktisch einbringen. Und indem ich halt in jedem Video sage, gehen die Videobeschreibung, buchen Coaching, kommen natürlich auch viele Leute darauf, tatsächlich mich zu kontaktieren und das Schöne, wie gesagt, ist dann, dass das Ganze evergreen ist, dass es wirklich ein Funnel ist, in den ich eigentlich nicht mehr besonders viel Arbeit reinstecken muss. Wenn erst mal ein paar hundert Videos produziert sind, kommen die Coachings automatisch rein und das ist halt für mich ein Riesenvorteil. Wie genau funktioniert der Funnel von YouTube? Schicke ich die Leute weiter auf eine Verkaufsseite. Auf dieser Seite können die Leute halt praktisch sehen, wie viel das Coaching kostet. Das sind ja praktisch diese Preise hier und wenn sie das gesehen haben, können sie mir eine E-Mail schreiben, also schicken mir dann wirklich eine E-Mail, sie klicken nicht auf irgendeinen Button und buchen das sofort, sondern ich muss erstmal natürlich auch wissen, ob ich die Leute überhaupt unterstützen kann, ob ich ihnen helfen kann, weil ich würde zum Beispiel niemals eine Person annehmen, wo ich weiß, da kann ich nicht helfen. Zum Beispiel, wenn eine Person von mir irgendwelche Tipps zu einem Thema haben möchte, mit dem ich mich nicht auskenne, dann kann ich zum Beispiel darüber auch keine Coachings machen. Zum Beispiel eine Sache, mit der ich mich ganz ehrlich nicht besonders gut auskenne, ist Google AdWords. Ich bin jetzt gerade dabei, mich da reinzulesen und mache auch Workshops und so weiter mit, also ich versuche mich auch immer weiterzubilden, aber jetzt gerade zum Beispiel würde ich noch keinesfalls einen Kurs oder ein Coaching zu diesem Thema geben können. Wenn du mit mir über Facebook Werbeanzeigen sprechen kannst, da kann ich mit dir Tage darüber sprechen. Wenn es ums Thema Geldverdienen geht, kann ich wahrscheinlich Jahre mit dir darüber sprechen. Bloß bei einigen Themen, wo ich mich halt nicht mit auskenne, da mache ich auch keine Coachings drüber. Ich bin also praktisch eine Person, die wirklich erstmal mit der Person sich unterhält. Das heißt, ich schaue erstmal, ist diese Person A bereit für ein Coaching? Ist die Person denn überhaupt schon an einem Punkt, wo man sagen kann, es macht Sinn, die Person zu coachen? Und vor allen Dingen kann ich der Person so viel Mehrwert mitgeben, dass es tatsächlich auch den Preis wettmacht. Also das ist für mich wichtig. Und dann erst kommt es zum Verkauf. Das heißt, das ist bei mir der vierte Schritt. Du kannst natürlich auch das Ganze über zum Beispiel Tools machen, wie Calendly. Da habe ich ein kleines L vergessen. Also Calendly ist zum Beispiel ein Tool, mit dem man praktisch Online Termine buchen kann, wo dann praktisch eine Person bei dir einstellen kann, wann sie das Coaching buchen möchten. Wir gucken das gleich nochmal ganz praktisch an. Oder du kannst natürlich auch Folgendes machen, dass du eine Verkaufsseite hast und da ist eine Telefonnummer drauf. Und dann können Leute dich persönlich anrufen und dir ein Vorgespräch machen. Bei mir persönlich ist das nicht so sinnvoll, weil ich natürlich ein Ein-Mann-Business bin und ich kann mich nicht den ganzen Tag mit Leuten kostenfrei unterhalten. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Bloß wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht Mitarbeiter hast und dann kannst du das Ganze auf Mitarbeiter umlagern, dann natürlich macht das Ganze sehr viel Sinn. Sonst denke ich, dass man einfach sagen sollte, okay, hier sind zum Beispiel meine Videos, das ist mein Funnel. Von meinen Videos leitet man weiter auf eine Verkaufsseite. Dort können die Leute halt dir eine E-Mail schreiben oder buchen direkt halt via Calendly einen Termin und dann, wie gesagt, bezahlen sie bei dir und fertig ist die Sache und du hast praktisch das Geld dann als Coach verdient. Wie man genau Calendly verwendet, um praktisch Termine zu buchen, das zeigt dir jetzt in einer Sekunde und dann wirst du halt auch verstehen, wie man das Ganze mit einer Verkaufsseite verbindet. Calendly ist eigentlich ziemlich einfach zu benutzen. Zuallererst musst du dir natürlich einen Account erstellen. Dazu braucht man natürlich eine E-Mail-Adresse und vor allen Dingen eine Passwort. Es gibt leider keine Verbindung zu Facebook oder anderen Social-Media-Plattformen. Ich persönlich mag immer ganz gerne die Verbindung, weil es schneller geht, aber hier, wie gesagt, nur eine Anmeldung über E-Mail. Und was man dann macht, ist folgendes, du hast hier drei unterschiedliche Arten von Events vorliegen. Du kannst diese jederzeit bearbeiten. Zum Beispiel hier haben wir ein 15-Minuten-Coaching. Das kann ich jetzt zum Beispiel hier umarbeiten oder zum Beispiel macht mal daraus halt ein 60-Minuten-Coaching oder was auch immer. Nehmen wir mal zum Beispiel an, wir können auch gerne mal zurückgehen und uns die anderen hier anschauen. Nehmen wir an, wir wollen nun hier 60-Minuten-Coachings verkaufen. Dann klicken wir hier auf Turn On. Okay, ich bin gerade hier im Free Plan. Dann können wir dieses hier auch einfach nutzen und das zu einem 60-Minuten-Coaching umarbeiten. Klicken wir hier drauf und wir nennen das zum Beispiel 60-Minuten-Coaching. Location kann zum Beispiel Skype sein. Da kannst du hier den Skype-Namen hin tun. Ich sage jetzt mal max.mustermann oder was auch immer. Und dann haben wir nochmal einen Event-Link. Das wäre dann halt ein 60-Minuten-Gespräch. Event-Farbe wäre, sagen wir mal, rot oder blau oder was auch immer du möchtest. Und dann, genau, Display-Location-While-Booking oder Display-Location-After-Confirmation. Ich würde immer sagen, dass man erst die Location nach der Konfirmation praktisch anzeigt. Dann klickst du auf Save and Close. Gut, dann müssen wir das hier anders nennen. 60-Minute-Coaching, sagen wir mal. Und dann klicken wir auf Save and Close. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich When can people book this event? Und dann kannst du da praktisch angeben, wann Leute dieses Event buchen können. Nehmen wir mal zum Beispiel an, das Event dauert 60 Minuten und du möchtest das Event, sagen wir mal, jeden Montag zum Beispiel, können Leute bei dir ein Coaching buchen, von, sagen wir mal, 10 Uhr bis 3 Uhr sind vielleicht deine Stunden, das heißt 5 Stunden, Coached am Tag. Und dann wollen wir das jeden Montag praktisch haben. und dann am Dienstag können wir zum Beispiel sagen, okay, da wollen wir keine Events praktisch machen. Das heißt, das hier löschen wir praktisch oder wir können auch hier einfach sagen, I'm unavailable. Genau. Und wir wollen das praktisch für jeden Tuesday haben. Dann auch mal hier am Mittwoch können wir auch sagen, okay, da haben wir vielleicht nur Zeit von 12 Uhr bis 2 Uhr. Und da sagen wir auch wieder, okay, das machen wir nun am jeden Mittwoch und dann sagen wir vielleicht hier wieder, I'm unavailable. Also ich habe keine Zeit. Und dann vielleicht noch mal am Freitag haben wir auch noch mal so ein paar Stunden vielleicht von 1 Uhr bis möglicherweise, sagen wir mal, oder eher 12 Uhr bis, sagen wir mal, 2 Uhr. Das heißt, noch mal 2 Stunden, dann sagen wir, okay, wir wollen das wieder an jedem Freitag haben. Wir arbeiten also Montag, Mittwoch und Freitag. Die anderen Tage arbeiten wir nicht. Wir können natürlich auch jeden Tag arbeiten, wie auch immer es die lieb ist. Zum Beispiel in meinem Falle, ich benutze natürlich jetzt nicht Calendly, aber ich coache halt 7 Tage die Woche. Es gibt also keinen Tag, wo ich eigentlich mal eine Pause nehme. Dann klicken wir hier auf Save and Close. Dann können wir hier unten auf noch mal ein paar, also auf Questions klicken. Hier können wir jederzeit auch noch mal Fragen fangen. Zum Beispiel Name und E-Mail finde ich persönlich immer sehr wichtig, dass man das zum einen noch mal abfragt. Dann könnte man zum Beispiel hier so eine Frage stellen, wie sowas wie, wie genau oder welches Problem erhoffst du dir im Coaching mit mir zu lösen. Und dann klicken wir auf Apply und dann darunter, wie genau kann ich dir im Coaching am besten helfen. Und dann vielleicht noch mal, gibt es noch etwas, das du mir sagen möchtest. Dann klicken wir wieder auf Apply und dann sind wir auch schon wieder damit fertig. Dann klicken wir auf Save and Close. Darunter haben wir dann Notifikationen und Cancellation Policies. Das heißt, hier kann sie dann zum Beispiel praktisch angeben, was passiert, wenn eine Person ein Event canceled. Sei es nun zum Beispiel 24 Stunden vorher oder 48 Stunden vorher und so weiter und so fort. Du kannst jederzeit hier auch Text-Reminders und E-Mail-Reminders rausschicken. Dafür brauchst du halt diesen Pro-Plan, was einfach nur bedeutet, dass halt die Leute, die bei dir ein Coaching gebucht haben, dann noch mal eine E-Mail bzw. eine SMS bekommen. Und wenn du das, wie gesagt, so einstellen möchtest, klickst du hier auf Save and Close. Dann darunter haben wir noch mal die sogenannte Confirmation Page. Das ist dann hier in unserem Falle die Calendly Confirmation Page. Du kannst natürlich aber auch zu einer eigenen Webseite hinlinken und das, wie gesagt, kannst du aber nur, wenn du diesen Pro-Plan hast. Ich habe jetzt nicht den Pro-Plan, weil ich einfach Calendly nicht verwende. Gut, dann darunter haben wir auch noch mal die Option Collect Payments, nämlich du kannst auch direkt über Calendly Leute bei dir bezahlen lassen. Das Problem ist natürlich hier, dass die Leute halt direkt dir einfach per PayPal oder halt per Stripe Geld schicken. Du müsstest dann halt immer eine Rechnung an diese Leute ausstellen. Kann man natürlich machen, bloß ich persönlich mag ganz gerne solche Plattformen, wie zum Beispiel Teachable oder Gumroad oder was auch immer, um Coachings zu hosten oder halt, um einfach praktisch, ja, Kurse zu hosten und dazu gibt es dann halt ein Coaching, weil nämlich halt diese Plattformen für einen bereits die Umsatzsteuer abfüllen und auch die Rechnung schreiben. Finde ich persönlich immer ein bisschen eleganter und schneller, aber wenn du das so machen möchtest, dann gerne mach es auch so. Gut, dann klicken wir auf Save and Close. Jetzt sind wir damit fertig. Jetzt können wir hier auf You Live Page klicken und dann haben wir hier praktisch diese Seite. Die nimmst du nun, also praktisch den Link dazu nimmst du und integrierst den zum Beispiel in eine Verkaufsseite oder ähnliches. Dann können sich Leute hier jederzeit ein Datum und eine Zeit auswählen und wenn sie das gemacht haben, dann kriegst du, wie gesagt, eine Notifikation und dann kannst du halt direkt schon anfangen mit dem Coaching. Das, wie gesagt, ist ein Weg, wie ich mit Coachings Geld verdiene. Calendly ist eine Software, die ich persönlich nicht verwende, die aber sehr viele Leute verwenden und die auch sehr praktisch sein kann. Das, wie gesagt, ist der eine Weg, wie ich halt Geld verdiene.